Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Mittwoch, den 4. März. Gut, am Vortrag haben wir, wie erwartet, das noch zuvor offene Gap im Bereich von 12.200, genau genommen bei 12.211 Punkten, geschlossen. Und wir sind hier direkt auch wieder im Short-Bereich, den ich zuvor genannt hatte, zwischen 12.200 und 12.250 Punkten rote und dunkelrote Markierungslinie nach unten abgedreht. Wir hatten hier in diesem Bereich unser Verlaufshoch erreicht am Vortag und sind dann im Tageshandel wieder gefallen und letztendlich unter der Marke von 12.000 Punkten bei 11.985 Punkten mit einem Aufschlag immerhin noch von 1,08% aus dem Handel gegangen. Wir haben hier eine sehr bärische Tageskerze gebildet mit einem lang oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper, dazu ein roter Kerzenkörper, der deutet auf weitere Schwäche hin. Wir notieren vorwürstlich am frühen Mittwochmorgen im Bereich von 11.960 Punkten, also nochmal etwas tiefer. Und solange wir nun unter 12.000 Punkten notieren, das ist dann auch die nächste wichtige obere Signalmarke im Wochenschart, den wir uns gleich noch anschauen werden, werden wir dann Kurs nehmen auf den Bereich von 11.400 im großen Bild. Die Markierungslinien haben sich für den heutigen Mittwoch zunächst einmal nicht geändert. Wir werden weiterhin hier unseren Short-Bereich haben im Bereich von 12.200 und 12.250 Punkten und dann den Long-Bereich im Bereich von 11.400 und 11.440 Punkten an der wichtigen Unterstützung. Gut, hier haben wir dann den Wochenschart, um einen Blick auf das große Bild zu haben. Wir haben hier die wichtige Markierungslinie, die rote gestrichelte Markierungslinie bei 12.000 Punkten. Solange wir uns nun darunter befinden, wäre dann der nächste Anlaufbereich zunächst einmal 11.820 Punkte. Die hellgrüne Markierungslinie aber langfristig dürften wir dann Kurs nehmen hier auf 11.400 Punkte, wo sich dann eine massive Unterstützung befindet. Erst wenn wir über 12.000 Punkte wieder ansteigen könnten, dann könnte sich hier kurzfristig eine Bodenbildung im Bereich von 11.900, 12.000 Punkten ergeben und wir dann doch nochmal einen Anlauf starten hier nach oben Richtung 12.330 Punkte. Das zuvor noch offene Gap, wie schon erwähnt, war ja bei 12.211 Punkten und ist nun dicht seit dem Vortag. Insofern sind die Rechnungen nach oben eigentlich weitgehend beglichen. Wir haben natürlich hier noch bei 13.500 Punkten ein offenes Gap. Allerdings dürfte dies erst wieder erreicht werden, wenn wir dann mit einer nachhaltigen Aufwärtsbewegung beginnen und ein Trendwechsel von Short auf Long startet in den nächsten Handelstagen und Wochen höchstwahrscheinlich auch, ist aber eher mit weiter fallenden Kursen aufgrund der Coronavirus-Krise zu rechnen. Die steht ja leider noch relativ am Anfang in Europa und wird sich wohl noch deutlich ausbreiten. Insofern dürften wir dann langfristig hier zunächst einmal 11.400 und möglicherweise auch 11.000 Punkte anlaufen. Gut, wir werden jetzt mal wieder durch mit dem ING Markets Morning Call für den heutigen Mittwoch. Ich melde mich dann wieder am morgigen Donnerstag mit dem ING Markets Morning Call und eventuell mit Kommentaren unter dem Video bei YouTube im Kommentarbereich je nach Verlauf. Und ich wünsche Ihnen dann für den heutigen Mittwoch viel Erfolg im Handel.